Einen wunderschönen guten Tag, wie wir uns jetzt bekommen, in einer neuen Folge von Hades 2. Direkt mal 16 Damage fressen, why the fuck not, hm? Ja, wir sind in der Thessalien-Schlucht und ähm... Eigentlich jetzt schon. Ziemlich im Arsch. Aber wir probieren's trotzdem. Ich sitze halt in einer Waffe, mit der ich mich irgendwie nicht so wohlfühle. Gefühlt. Was soll ich machen? Ui! Weg da. Ja. Komm noch mehr? Ja, natürlich. Jesus. Was ist mit dir los, Kollege? Weg da. So, jetzt kann ich das ein bisschen verstärken hier, ne? Gewinnt plus 50 Macht, lädt sich automatisch auf. Das ist gut. Ich muss den jetzt zuerst nehmen, okay. Dann lädt sich automatisch auf. Fügt plus 20% Schein an Rüstungen. Äh, äh, na ja. Noch mal plus 50 Macht. Größerer Bereich. Oder lädt sich nochmal schneller auf. Okay. Nehmen wir. Asche oder Psyche. Da ist eigentlich egal, ich möchte's umwandeln. So. Kollege. Ist halt blöd, dass die Range hier so schlecht ist. Oh, jetzt ist es schon voll. Herrgott. Da ist Rainer. Das war's schon. Oh. Verwandeln. Ah. Hallo Hermes. Deine Angriffe, deine Spezialität in der Bankkreis sind schneller. Die Omega-Aktionen sind schneller. Ganz ehrlich, ich nehme das mit den Omega-Aktionen. Okay. What haben wir hier denn? Ja, ja, ja. Gib mir einfach eine schöne Belohnung. Du wirst größer und fügst plus 15% Schaden zu. Eine zufällige Arcana wird aufgewertet. Ne, hier, mehr Schaden. Hang. So, Moted B. Ist doch gut. Ist doch super. Dann können wir ja besser draufhauen hier, ne? Okay. Wer lebt da noch? Ach, scheiße. Das war scheiße. Nein. Warum muss ich immer ins Feuer reingehen? Gib mir Geld. Ich brauche keine Magie. Komm. Okay. Ja, shit. Was ist das denn für Damage, den ich hier nehme die ganze Zeit? Yeah. Perfekt. Perfekt. Kommt noch mehr? Natürlich, kommen noch mehr. Okay. Du noch? Komm. Komm ran. Okay. 100 Gold. Pest dir. Was hast du Schönes für mich? Zack. Sehr gut. Das war's noch nicht. Nee, nee. Dann du hast nichts. Okay. Gut. Dein Sprint zerstört die Geschosse. Nee. Wenn dein Angriff oder deine Spezialität Schaden zufangen, stellst du Magie wieder her. Oder der Bankkreis. Ja, ich muss eigentlich den Bankkreis viel mehr benutzen. Ich trottel, ey. Wirklich. Muss ich viel mehr benutzen, den Scheiß. Na, komm. So, zum Beispiel. Was macht er da? Keine Ahnung. Ja. Gut. Ja, gib mir mehr Leben. Danke. Das brauche ich auf jeden Fall. Ach, ey, wie ne. Was wollt ihr denn jetzt? So viele auf einmal, ey. Dann bin ich natürlich auch noch getroffen, ey. Okay. So, das war's hier, hm. Es wird sehr, sehr unangenehm, der Boss-Fight, ne. Aber irgendwie krieg ich es schon hin. Hier. Ach, scheiße. Okay. Ja, bumms. Mehr Leben. Danke. I'll take it. Er damit. Ja. Rodele. Schön hat er schon Damage durchs Feuer gefressen. Oh. Ne, immer noch nicht. Okay. Bitteschön. Ja, brenn. Brenn, Baby, brenn. Oh, was doppelt ist. Und wir verärgern die Aphrodite. Aphrodite erzüren wir. Let's go. Den Angriff trifft potenziell zweimal. Höchst größeren Schnee hier. Aphrodite ist erzüren. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen, Mädchen? Kann sich ändern. Ey. Der. Was ist das? Ey, sag mal. Oh, wieder nix getroffen, ey. Oh, Jesus. Nein. Volle, Pulle rein. Ich bin doch einfach schlecht. Da. Das gibt's ja nicht wirklich. Bitteschön. Ey, jetzt reicht's aber langsam. Ist das nervig mit diesen blöden Herzen da? Meine Fresse, der hat mich auf was gekillt. Äh. Du bewegst bei nahen Gegnern Schwäche und stellst dem schwachen Gegnern stetig Magie wieder her. Dein Angriff gewinnt an Macht, aber du reservierst 20 Magie. Ja, scheißegal. Charon. Wenn du sympathisch bist, dann hast du für mich jetzt HP. Komm. Hat er nicht. Naja, dann kaufe ich mal mehr Leben. Ich kaufe ein Power-Up. Die Feuerzykle so. Und hier. Äh. Dein Ausweichhaus steigt für jede Gabe der Luft. 3%. Hm. Alle. Okay. Ja, jetzt werde ich zwar relativ schnell sterben. Zum ersten Mal beim Boss-Fight. Ich muss aber gucken, dass es halt doch nicht so schnell ist. Das wäre, denke ich, jetzt mal das Wichtigste. Hier. Sag mal. Ja, explodier doch ruhig. Zack. Okay. Oh ja. Geh mal ein bisschen schaufeln. Danke. Ja, das war ja nix. Wo ist sie hin? Da hinten. Nee, du. Ja. Ja. Na, ich dachte. Ach, scheiße, ey. Du holst dir Hilfe, du kleine Bitch. Na, dann komm mal ran da. Wo ist sie? Ach, du Scheiße. Ich hab keine Magie mehr. Ja, perfekt, Junge. Fuck. Na. Konnte nicht mehr ausweichen. Okay. Wo ist sie? Okay. Back da. Sehr gut. Ah, guck mal. Ich hab mich da magie. Nein, das ist gar nix. Das ist aber was. Shit. Wenn sie mich noch einmal trifft, ist es fertig. Fuck, was ist jetzt los? Okay. Komm schon. Nein, ich bin ins Feuer rein, ich Idiot. Aber ihr habt sie. Nein, wir sind keine Freunde. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Aber ich krieg einen Apfel. Naja. Zurück im Olymp. Zurück im Olymp. Morgen, ey. Sag danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.